Die Inspiration hier bei Augustine Bouhl für die Fashion Show haben wir genommen von unserer aktuellen Kollektion Metamorphic. Elemente, die zusammentreffen, wird eine richtige Explosion werden. Das ist sehr spannend. Das Besondere ist, dass wir im vorderen Bereich mit Resintec diesen glänzenden Effekt erstellen und im hinteren Bereich das budrige mit Errupted. Wir erarbeiten hier gerade die Vorderkopppartie unseres Fashion Week Looks. Dafür trage ich im vorderen Bereich jetzt mit einem Pinsel das Resintec auf. Ich schätze besonders an Resintec, dass es performbar ist, dass es remodellieren kann, dass es super Glanz gibt und einen flexiblen Hals. Im hinteren Bereich haben wir jetzt einfach die Haare vorher geglättet und eine Errupted reingemacht. Das ist ein ganz leichtes Produkt, wo Vulkanasche mit drin ist. Am Errupted schätze ich, dass es exklusive Volumen ist, was ganz einfach ins Haar einzubringen ist, ins Einzuarbeiten ist. Man kann es mit Hot Wheels bearbeiten oder eben auch einfach nur aufknicken. Man kann sie locken, einarbeiten. Da wird die Locke einfach ein bisschen matter. Super. Riesenvolumen. Wir haben immer viel Spaß zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile auch ein sehr eingespieltes Team und arbeiten einfach auch gerne zusammen. Also das ist auch in diesen Tagen, die wir dann immer hier verbringen, wirklich so eine Community. Riesenfilmer. Riesenfilmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017